Musik Willkommen auf der Seite von Promoseek Pakistan. Promoseek Pakistan ist die Seite von Promoseek Group, die Pakistan gewidmet ist. Die Übersetzungsbüros von Promoseek Group, Promoseek Translation, The Quality Translator, MBC, MenuUno, Rauhola und Promoseek Workshop MT übersetzen für Sie in und aus Pakistans Sprachen in eine breit gefächerte Palette von verschiedenen Weltsprachen. Unsere wichtigsten Fachbereiche sind Technologie, Recht, Marketing, Kultur, Patentwesen, Literatur, Sozialwissenschaft und Medizin. In Pakistan sind mehr als 50 verschiedene Sprachen verbreitet. Das indo-arische Urdu ist verfassungsgemäß festgesetzte Nationalsprache. Als Amtssprache und höhere Bildungssprache dient neben Urdu auch Englisch. In der Volkszählung von 1999 wurden sechs Sprachen statistisch erfasst. Banjabi, Pashtunisch, Zindi, Saraiki, Belutschisch und Urdu. Die mit Abstand meistgesprochene Sprache ist laut der Volkszählung von 1900. 98 sieht das ebenfalls indo-arische Banjabi. Promoseek Interlanguage bietet Ihnen Online-Sprachkurse an, um den interkulturellen Dialog innerhalb Pakistans und mit dem Rest der Welt zu fördern und Mehrsprachigkeit als Bereicherung anzusehen. Promoseek kümmert sich für Sie um Übersetzungen und Lokalisierungen in verschiedene Sprachen und Kulturen. Promoseek Children fördert die Übersetzung von Märchen und Fabeln in europäischen Sprachen, um sich der Diskriminierung und dem Rassismus zu widersetzen und eine friedlichere und gerechtere Welt anzustreben. Promoseek Love bietet die freie Veröffentlichung von Büchern und Forschungsarbeiten von Autorinnen und Autoren und Forscherinnen und Forscher aus Pakistan an. Promoseek Poet überwindet Sprachbarrieren durch die Übersetzung von Poesie aus allen Weltsprachen. Promoseek bietet Ihnen auch ein Übersetzungspraktikum von acht Wochen für Schülerinnen und Studentinnen im Bereich Menschenrechte und alternativen Journalismus an. In Bezug auf Pakistan fokussiert sich Promoseek einerseits auf die Förderung des interkulturellen Austausches zwischen Pakistan und den anderen Ländern der Welt, vor allem aus dem Süden, und auf den Dialog und die Vorbeugung von Rassismus und Diskriminierung. Unser Ziel ist es, gemeinsam durch das Überwinden von Sprachbarrieren ein friedliches Zusammenleben verschiedener Kulturen erreichen zu können. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns in unserem Hauptsitz in Istanbul an oder nehmen Sie direkten Kontakt mit unserem Partner in Pakistan auf. So finden Sie Promoseek auch auf den sozialen Medien. Sie können gerne Kontakt mit uns aufnehmen, um unsere Verlagsinitiativen Promoseek Love und Promoseek Children zu unterstützen oder Teil unseres Teams von Übersetzerinnen und Autorinnen zu werden. Der Koordinator von Promoseek Pakistan freut sich auf Ihre Kontaktaufmangel. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen.